Hey Freunde, in diesem Video hatte ich ein Kill-Battle und nicht nur gegen irgendwen, sondern gegen eine besondere Person. Und ja, damit meine ich gerade Wichtiger. Und wir hatten ein legendäres Battle, deswegen lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, damit wir schnell die 1000 Abonnenten erreichen. Und wenn ich mehr mit Wichtiger machen soll. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir gehen goffig rein, let's go. Erste Runde von 5, oder? Erste von 5, ja. Erste Runde von 5, den Dinger mit Kill-Setter gewonnen, den Verlierer, Kosmetic, let's go. Direkt den ersten Kill. Das war echt knapp. Hey, er weippt sich. Ich bin dir die Dinger, guck mal her. Was brauchst du denn da? Das ist ein Ensenmann, Dinger. Braboin. Oh mein Gott, ich hab ihn fast gecleanet. Hach dich mal ab. Oh mein Gott. Da ist wer, ne? Falls du nicht gemerkt hast. Ja, den hab ich. Oh, die EP kommt an, glaub ich. Oh, ist er tot? Ist er tot? Er ist tot. Dinger, wer bist du? Hast du noch eine EP? Ne, oder? Na, hättest du längst die Waffen? Guck mal runter, ich werf. Ich schaue. Oh, du hast einen Kill bekommen, Dinger. Ich will mir erst mal einen dicken TT-Busse rüber, Dinger. Kannst du gerne runterknocken, wenn du willst. Oh mein. Danke für deinen Kill, by the way, ne? Du hast einen Kill bekommen, Dinger. Sagen, der Ausgleich ist da. Willst du einfach lieben, oder wie, 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 wie geht das? Ja, ja. Ah, ach, du hast einen Kill bekommen. Oh Mann, egal. Das ist eigentlich so ein Eigentum. Wir haben uns gerade gegenseitig, also in sich, haben wir uns gegenseitig einen Kill gegeben, ne? Ja, passiert. Dinger, das ist ja so fucking easy, Dinger. Dinger, 3, 2, sag nichts. Dinger, 3, 2, sag nichts. Dinger, 3, 2, sag nichts. Bettel der 15-Jährigen. Dinger, ich schwöre, als du gesagt hast, dass du gleich halt so wie ich bist, weil du auch am 16. Geburtstag hattest, haben wir auch so gedacht, Dinger, wie derf, das kann niemals stimmen. Aber, du hast wirklich am 16. Geburtstag, oder? Sehr geehrter Herr, du Idiot. Wie viel Uhr bist du geboren? Ja, boah, irgendwann 3 Uhr irgendwas, keine Ahnung. Okay, krass, ich bin später geboren. Aber wäre krass, vielleicht habe ich einen Zwingensbruder, Dinger. Deine Stimmen muss ich eigentlich irgendwie so anhören, aber irgendwie tut es nicht. Also, du kannst auch nicht stimmen. Ja, hat sich vor ein paar Monaten noch so angehört. Ah, natürlich. Stimme hoch, um ein Gott, Stimmbuch. Hast du schon ein Vorstimmbuch hier gemacht, Typ? Ja. Das ist doch voll unangenehm jetzt, oder? Ja, keine Ahnung. Ich meine, bei mir war es nicht anders, aber, ähm, ja, ich bin halt Seltex. Warte, warum ist der denn die ganze Zeit in der Runde? Der ist übel, crack der Typ. Nein, 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 nein. Der ist tot, oh mein Gott. Das ist, hä, das ist übel. Ey, das Ding ist, ich werde wahrscheinlich auch sterben, weil ich scheiße bin. Aber ich kriege noch einen Kill, ich kriege noch einen Kill, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so gut, das ist so gut. Ich kriege noch einen Kill, okay, okay. Ich bin nicht ohne den Kill rausgegangen aus der Runde. Das ist schon mal gut. Du hast zwar auch einen Kill schon, aber demnach steht es jetzt, ähm, immer noch 4-3 und ich bin einen Kill im Führung. Ich meine, macht es Sinn, oder? Weiß ich nicht, ob es Sinn macht, aber ich schwitze gerade wie ein Wasserbüffel, ich weiß nicht. Schwitze ein Wasserbüffel? Oh nein. Das ist mit ihm er-timed, oder? Das ist so ein Free-Kill. Nein, das sind zwei Free-Kills einfach. Ich hoffe, der time, bevor du ihn schlagen kannst, der ja. Oh nein, ich hoffe es nicht. Nein, 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 komm, time, 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 time. Ja. Oh mein Gott, er ist nicht mal geteilt, er war auf FK, der Idiot. Boah, du wirst einen 6-Kill machen, scheiße, Alter. Ey, er maget einfach, was ist bei dem los? Oh mein Gott, das tut es, ach, ich dachte, gut, sie ist es nicht, ey, das wäre so geil gewesen. Lost bin ich dann auch wieder nicht, ey. Naja, also, ich glaube, du bist echt nicht so lost, was es angeht. Du bist richtig lost, du. Du bist so ein Idiot. Oh, das Glück der Dumme, Junge. Nein. Egal, nee, warte, er ist trotzdem tot, 3-Kills, nehme ich mit. 5-4? No way, wait, wenn du 3-Kills gemacht hast, steht jetzt 5-4, oder? Ja. Ja, 5-4, oh, let's go. Let's go, let's go. Okay, ist alles noch drinne, ist alles noch drinne. Zack, was du kriegst, ich nehme so. Äh, Büro. Nö. Schade. Schade? Oh, ich habe so viel Loot, Digga, wie geil. Mein Gott. Oh mein Goooot. Wie war dein Tag eigentlich, was so war? Digga, mein Tag war grausam. Ich hatte heute Schule und dann war ich in der Schule und ich hatte immer Schule, Digga. Geist einfach Schule haben, cringe eigentlich. Hast du auch Schule? Nein, Mann. Oh mein Gott. Hab noch die Woche Ferien. Du guter, genieß es, Junge. Das wird so genossen. Ich habe einen so krass georbitrapped. O-P-Rap, meine ich. Der Arme, Digga, der Arme, der Arme, Alter. Scheiße. Der O-B-Rap, hast du ihn, oder? Der O-B-Rap. Yo, ich bin logisch, Alter. Oh mein Gott, jetzt wäre das ein Kiel gewesen, das so geil gewesen ist. Ich fülle mich über Scheiß drauf. Fuck it. Mini-Mit-Checker, Banana, kann ja was werden, Alter. Das ist noch einer, ich heule so sehr, Digga. Oh, Bruder. Okay. Hau ihn runter jetzt, Digga. Nein, nein, ich muss kurz für alles. Der ist ja gerade so schön. Ich muss erst für ihn anders holen. Beruhig kurz. Oh, du hast so viel Glück. Zweimal, dreimal, viermal. GG. Hä? Was machst du? Ich weiß nicht, der soll aus seinem Web raus. Hä? Der rafft nicht, dass ich da bin, oder so. Ich weiß nicht. Der rafft gar nichts. War ein freches Web? Ja, das war, ich bin nicht dumm. Aber du bist entscheidend dumm. Ich bin wirklich dumm. Ich gehe wieder. Noch ein Kiel für Rumpf. Wait, wie ist das jetzt? 8-7? Egal, jetzt wird es eingewertet. Egal. Es steht so, so. Weiter geht's. Habt ihr schon an der Stelle einen Like da gelassen? Wenn nicht, dann lass es bitte. Danke. Also, als ob du fighten willst, hä? Weiter fight gegen Wichtiger. Ah, ich habe nichts mehr. Ich habe keine Secondaries. Du hast also zu, Digga. Ja, ich lasse dich mal, damit es fair ist, okay? Ah, du hackt, by the way. Wo du bescheid warst. Ja, der hackt. Ah, not bad, auf jeden Fall. Wenn ich gerade seit gehackt werde, dann bin ich sogar noch erst das Opfer. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Nein! Oh, Dev. Eigentlich will ich noch ein paar Kills machen. Wie, wie, wie Kills hast du? Gar keinen. Bruh. Du hast so gehofft, kann das sein? Der Profi. Ja, man weiß ja nie, ne? Tom! Ja! Geil! Digga, das Timing, Alter. Nee. Nee! Oh Gott. Weiter. Fuck yous. Ich fuck yous nicht. Doch, ich mache. Oh Mann. Äh, 5.000 Runden, ne? Ja, 5.000 Runde. Und meine Frage am besten ist, wie viel steht es? Weiß es nicht. Okay, dann würde ich viel Glück bei der letzten Runde. 5.000 Runden. Oh, Alter, das ist mal der erste Kill, würde ich sagen. Let's go! Ist der drüben, den ich jetzt aneier? Schau dir. Ja, weiß ich nicht. Ich bin so schlecht, ne? Oh mein Gott, das ist ja wirklich peinlich. Ich mache jetzt eine Ormacht-Challenge. Digga, was war das für ein Hit? Alter, tut mir ja so leid, warum das war. Komm, jetzt müssen wir noch Timo klappen. Wenn Timo gekleppt wird, machen wir so. Wir machen dann 6. Runde, wenn ich Timo nicht kriege, okay? Hör mal auf, Timo! Timo, hau ihn weg! Junge, Timo, der Beste einfach. Boah, ich werde so ungemaged gleich. Ich sehe es schon kommen. Ben und Kraft, ein 3-2-1-Tot. Nein, halt's Maul. Du! Junge, nee. Werden wir den einfach clean? Ich kann nicht mehr. Ich, den hast du mir auch gecleanet. Nein, nein. Ich kann nicht mehr. Digi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Bist du dumm? Nein, Mann. Du hast das Ende für deinen Scheiße. Stopp, Alter aus. Da war ich mal wieder zu greedy. Alltså, ich will ja nichts sagen. Aber ich glaube, das Ende war jetzt ein bisschen zu obvious. Ähm, lass mich kurz nachdenken. Der Endstand war irgendwas mit meine Alter versus 9. Hast du verhaftet, wie, wie viele hast du? Was auch immer. Wie, wenn man auch sießig gewinnt. Immer der Bessere. Ich will sagen, ich gehe auf. War eine schöne Aufnahme. War ein schönes Match. die alle so ausgehen, dass ich gewinne. Schreibt jetzt einen Kommentar mit folgendem Wort. Was sagst du jetzt? Hashtag wichtiger und dann verlosen wir ein wichtiger Cosmetic. Genau, und dann schreibt ihr noch euren Ingenamen in den Kommentaren und dann machen wir Giveaway und dann schreibt rein, was ihr haben wollt. Und dann gebt euch logisch einen wichtigen Cosmetic aus. Ja, endlich arm werden, geil. Bis zum nächsten Mal.